Hallo, willkommen bei der Randale News. Heute in meinem Zimmer. So sieht es aus in deinem Büro und zwar haben wir uns überlegt, wir wollen ja euch in Summe zeigen, was wir bei Randale alles so machen und dazu gehören halt unter anderem auch noch diese Buttons, Oldschool Buttons, weiß nicht, der ein oder andere mag sie vielleicht noch, ich liebe sie auch, oder? Der gehört irgendwie zu einem guten Punker dazu. Auf jeden Fall will ich euch sagen, wir machen die selber. Früher hat die ein Student für uns gemacht. Ja, schade war es. Ist kein Hexenwerk. Man druckt einfach das beliebige Motiv aus, schneidet es aus. Ich bin dabei. Man legt die Button-Einheiten richtig rein, Folie drüber und dann zwei Klicks, klack und schon hat man einen perfekten Button. Zeig. Was ich euch dazu sagen will, ihr könnt auch gern, wenn ihr wollt, können wir gern auch Buttons für euch machen. Müsst ihr halt ein Motiv her schicken, müssen wir uns einig über den Preis werden. Kriegt man bestimmt hin. Oder Gut, oder? Gut. Wenn ihr Ideen habt, was ihr sonst wollt an Buttons oder so, welche wir in den Shop aufnehmen sollt, gerne einen Kommentar. Gell? Ja, supi. Okay, macht's gut und bis bald. Tschüss. Ciao.